ja hei willkommen mein name ist dann über die und ich begrüße euch zurück zu wahlkirya chronicles nächstes gemisch nein nicht einfach einig gewesen ja wir sind in episode 7 aber weil ich weiß dass diese episode ein bisschen schwierig ist ein bisschen mit ins gemischen von der wüste ein bisschen zum klon weit wurde es macht sinn das im präger ist kein super im panzer von jäger ist aber glaube ich nicht mehr da also haben wir nicht zu befürchten aber das letzte haben wir versucht so schnell wie möglich zu erledigen hat nicht geklappt und das jetzige will ich versuchen so er gehe ich wie möglich zu machen soll heißen ich versuche ja was versuche ich ich versuche mal ganz kommandanten die ganzen panzer zu vernichten zu gucken wie viele punkte ich dann bekommen na es hat einen plan keine ahnung doch konnte ich habe viel mehr weibliche mitglieder kann sein so zwei panzerlinger und herbert herbert muss so läuft scouts und die ingenieure haben wir im letzten paar aufgelivellt ich hoffe es reicht jetzt noch für die sturmtruppen und die sniper und die bans sagen aber gut immer für alle erfahrungen wenn ich dann mache ich da irgendwie einen offscreen skirmisch damit ich auch noch auf level 6 oder was weiß ich was die waren hier auf level will schon irgendwie ihn kommen gleichberechtigt macht so platt so was haben wir denn ja nachher gibt es mehrere basen ich glaube drei ne 1 2 3 das kann natürlich wieder ein bisschen lange dauern wir werden ja nicht von cutscenes und soja unterbrochen die glänz hat hier noch mehr jetzt schon sorgen mit der edelweiß nach vorne karte geht natürlich auf ich glaube sie werden wir nicht erreichen oder kommt schon mit ein bisschen fingerspitzen gefühl ein bisschen glück treffen wir ihn jawohl so hat schon mal gut angefangen ach naja stimmt den machen wir erstmal fertig würde ich sagen verdammter dreck ich habe einen scout genommen so und eika du bist ein scout dv und die mini ignorieren die habe ich schon gesehen zweimal wort ist dies ok in dem fluss jawohl so muss na coole aussichten ja geht so so sie macht den platt küschen nein ich crouch occupy occupy bei hohes kuchen dann gehen wir wieder immer genau die gleiche strategie die letzte mal sind glaube ich sogar genau die gleichen einheiten wenn ich mich nicht irre nein glaube ich nicht weiß ich nicht aber wenn es das wäre dann wäre das richtig so da ist ein scout so kann ich die war ich habe mich natürlich perfekt positioniert mein sniper ist natürlich jetzt wieder verschwendet irgendwie habe ich das gefühl da geht man auch vorne du bist hat immer noch vor versuch mal die lanzen truppen mir kaputt zauern weil du darfst nicht hoch gehen müssen an die panzergranate mine ich habe ich nicht gemeint und der shot mir gab da ausweichs haupte triss im kopf habe ich ja nichts gesagt okay ja die schaff noch mal kannst du doch noch mal das war nicht so toll überhaupt nicht ich finde das nicht gut dass du das immer wieder machst jetzt scheiße mit etwas glück konzentrieren die sich beide auf welkin auf lago aus irgendeinem grund verdammter trick jawohl weil der panzer ist immer noch da aber der bewegt sich bestimmt nicht so nach vorn um alicia einzusammeln kann doch nichts passieren oder ich glaube bei alicia kann schon mal passieren bei rosie und lago ist nicht schlimm glaube ich ja klar bewegt euch schon mal bewegte sich dahinten jetzt will ich dass ich zurück dass meine aufnehmen zeit hier hey weil ich sehe nichts oh gott ich glaube sie ist tot ja ich helfe dir schon keine sorge warum bewegt ihr oben euch schon dass meine aufnehmen zeit hier verschwendet wird ich konnte ausrasten das ist eine fragezeichen nicht gerade ihr müsst alle verbrauchen da warte doch verdammt man konnte sie zusammen zu bewahren da stellt sich genauso bis zu 30 dahin damit ich nicht vorbei kann also ohne schluss kassieren zu müssen lago kriegst im panzer ein das ist doch kein problem sein oder ich kenne dich mein gott noch nicht nackt falsch gemacht kassige kopf über bilder typ hinterm bildschirm von mir granaten war die minen als den minen granaten werft man wirft man die liegen so meine sorge ich rette dich alicia ist mein baum über sie geschützt warte ich helfe dir mit meinen mit meinen riesigen rädern wie nennt man ihn noch mal ich helfe dir auf keine sorge willst du denn so jetzt kannst du keine verdammten punkte mehr verschwenden sondern halt ob das nicht schon genug wäre komme ich jetzt hier auch noch so kacke dreist ich liebe natur aber ich liebe es auch zu töten tod und zerstörung überall wo welken vorbeikommt ja das war eine produktive runde würde ich sagen lebst noch hockholtes b schaffst du es bis da unten hin da wäre jetzt richtig aber klar das sind einheiten scheiß auf das auch ein camp da war eine produktive runde so muss derzeit da reiche ich nicht so 23 kommande punkte verloren damit bin ich zufrieden das war zählend rock woher kann man so viele jahre heißt gut ich bewege mich mal käppchen und her warte ich bin von der hoh und für dich es wohl über уров mencionen im dritten 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 Dr oder uhr hat aber ist er auch vor ich hatte mich ich habe nur nicht den ganzen ich habe die struktur deiner strategie verstanden deswegen bewegt sich wieder nach vorne aufs maul klar warum warum du du bist wie die schocken wieder ich brauche die ich meine ich das will ich baue noch nicht mal zieren hallo ungefähr meine ich wobei ich so von der seite kommen eigentlich nur welking gehen nach vorne die einigen einheiten immer zurückbleiben ja ich brauche herberg sich gerade erwartet man oder den treffen hier knapp herbert schaffst du bis dahin wir könnten wissen knapp werden egal wir haben auch kein bock so weit zu laufen machst du aber herbert läuft die doku jetzt auf youtube den kanal der niveau lp welchen schärfen können das habe ich doch nie im leben du läufst trotzdem weiter mein panzer da drin rocken ein bisschen motion und wer bist du es ist das schon fast alles geschafft das hätte man noch von arbeit richtig geil bin natürlich jetzt wenn ich den panzer wischen würde ich glaube da passe ich nicht durch jawohl ich bin der größte so als würde ich mir nicht die ganze angucken wir hin und her fährt guck mal kommt an punkte an wie wenig er jetzt hat er ist traurig ist da und bin ich der größte stellen wir anstatt ein panzer so ein typen ein ja quetsche euch alle an einem ort zusammen das wäre richtig knorke das ist meine aufnahmezeit was machen wir versuchen sie etwa miteinander zu kooperieren hi du willst auch sterben kein problem ach man so jetzt kommen wir wenn wir kommen dann seid ihr dran wenn ihr es nicht wie sie kommen wenn sie kommen dann tun sie kommen wenn einige ich ernähren das sage ich jetzt nicht noch einmal schraub schraube hier ok wenn ich vielleicht darf manövriere ok wenn ich vielleicht darf manövriere ich habe tot tot panzer in coming me kills you all very hard like dies was war das ist jemand dass man schon von diesen lkw gemerkt so verdammt ich kann auch eine ok ok der hell man voll hysterisch ok alicia du bist da rein schaffen eikam eigentlich genau eikam 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 hier könnte ein ok sich erst ganzen strategischen dinge die man machen kann hier hat man auch kaputt machen können ich da komme mit Lost Film sind irgendwo noch commandant war ja-ja zweimal habe ich genau gesehen ich war noch eine tat aus hass so sagen wir mal ganz leicht nein für forschungszwecke glaube ich und occupy operation complete war bin ich gut muss ich mal sagen natürlich ich muss sagen das war eine sehr sehr gute runde ich bin stolz auf mich ok jetzt wird das ganze zeug erstmal ausgegeben für rum und ehre weil wir gehen die erfahrung aus damit ich mir leistungen kaufen kann okay schocktruppe und nein ich kann die ingenieuren um aufleveln ich gerade habe ich super ingenieur ich habe keinen bock jetzt noch mal extra zu machen hört man hat stöhne aus mintern und teilen und ich habe nichts bekommen nein ach potenziell 255 hp und so da ist 170 die shoptruppen mehr die haben noch mehr die nicht eventuell 7 sind mehr ab hier bekommt man glaube ich nicht okay dann gehen wir noch die ein zwei sachen für die edelweiß aus aber glaube ich auch alles sagt nein 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 hier ja okay ruhig ruhig zeit auf red ja ich will doch alles sehen also verdammter dreck okay was ist kreuz bringen was ist das verteidigung scheiße scheiß doch darauf mehr gingens sicht wo ich sehe gerade hallo kannst du da an das andere hallo ha ha jetzt habe ich alles staunst erwarten der intelligen klug ich bin okay was noch nix na nix hat so viel geld hallo ja gut warte mal ich kann auch ihr ding jetzt kaufen glaube ich wenn ich glück habe viel spaß mit dem lesen dieser sachen jetzt vielleicht nicht so schnell wegdrucken können müssen ja die hat das schwingte fingern die kann man jetzt auch okay wir sind meistens zusatzmissionen oder cut scene zwei episoden die kauf normal aber darum können wir uns noch nicht ich würde in der nächsten folge erstmal mit der story weitermachen okay super hier wollen erfahrungsmitte und neue orders freizuschalten dann würde ich sagen wir gehen mal in dem buchmodus da sind zwei dinge hier sieht man gerade ich muss das erste noch hier erstmal zeigen aber kann alles warten ich würde sagen ich bin eben part hier und in der nächsten folge gucken wir uns die cut scenes an und dann in der nächsten folge gucken wir uns den kampf an ja oder die nächsten drei vier folgen danach jedenfalls ich bedanke mich fürs zuschauen und wir sehen uns in der nächsten folge von let's play wikiria chronicles tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020